Freie Meinungsäußerung ist ein Grundrecht. Es gilt für alle. Auch Neonazis gehen auf die Straße. Auf Demonstrationen verbreiten sie undemokratische Parolen und ihre menschenverachtende Überzeugung. Was können wir dagegen tun? Auslachen. Einige verhöhnen die Neonazis, machen sich über sie lustig. Aber was bewirkt es, über diese Gefahr zu lachen? Eine andere Möglichkeit? Demonstrieren. Gegendemos sind sinnvoll und können einiges bewirken. Doch viele Menschen haben Angst, auf Demonstrationen gegen Nazis zu gehen. Verhindern. Manche blockieren Neonazidemos. Dann kann es aber passieren, dass die Polizei gegen Demokraten statt gegen Neonazis vorgeht. Verbieten. Viele fordern Neonazidemos zu verbieten. Aber was wird als nächstes verboten? Und schafft sich die Demokratie damit nicht selber ab? Auf rechtsextreme Aufmärsche zu reagieren, ist nicht immer einfach, aber immer wichtig. Wir bringen Bürger und Bürgerinnen zusammen, die sich gegen Nazis wehren. Diskutieren sie mit uns, damit sie vorbereitet sind, wenn Nazis auch bei ihnen aufmarschieren wollen. Aktionsbündnis gegen Gewalt, Rechtsextremismus und Fremdenfeindlichkeit. www.demosgegnazis.de 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 www.demopsgegnazis.de Vielen Dank.